Liebe Freitaler, liebe Kinder, liebe Zuschauer, wir haben turbulente Zeiten. Lassen wir uns nicht verrückt machen. Unsere Stärken sind unser gesunder Menschenverstand und unser Zusammenhalt. Mir hat vor kurzem eine gute Bekannte ein Gedicht von Jachim Ringelnatz zugeschickt. Und das möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Das Gedicht ist überschrieben mit Schenken. Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei, schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, so dass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List, sei ein Gedenk, dass dein Geschenk du selber bist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, eine gesegnete Weihnacht und ein gutes, friedliches, neues Jahr 2024. Vielen Dank. Zum Beispielilonism. Vielen Dank.